Ihr glaubt nicht, für was ich mich entschieden hab. Denn hier in New York gibt es bei Starbucks so eine große Auswahl von coolen Bechern. Nachdem mir die ersten nicht so gut gefallen haben, weil die waren mir irgendwie ein bisschen zu auffällig, waren im nächsten Korb diese richtig geilen Flaschen. Blau fand ich zwar schon cool, aber grün sogar noch geiler. Und die haben nur 15 Dollar gekostet. Nachdem ich mir dann auch die ganz großen Behälter angeschaut hab, dachte ich, ich hätte mich irgendwie in diesen einen Becher so voll verliebt. Ihr könnt euch nämlich nicht vorstellen, wie gut der in der Hand lag. Diese Tassen hat übrigens mal meine Mama gesammelt. Doch dann hab ich sie gefunden. Nicht die, weil das sind nur normale 5 bunte Becher. Sondern daneben 5 Becher für Kaltgetränke, die ihre Farbe wechseln. Die werde ich gleich sofort mit euch testen, denn...